Das hat doch mit dem Deckel nichts sollen. Da hätte der Zeugleifel drin. Jetzt ja mit höchern Nägel. Hätte aber mit dem Zeugleifel. Nee, das ist doch eine Gubildrille. Da macht man den Deckel zu. Aber die Gute ist halt nicht zu stark. Da ist ja noch schlimmer. Ja, da ist noch heißer. Ja, ohne meine, ihr habt doch heute vielleicht verkehrt.